CDU und CSU liegen laut einer neuen Forsa-Umfrage nun 11 Prozentpunkte vor den Grünen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden nur noch 19 Prozent die Grünen wählen. Damit fällt die Partei erstmals seit Anfang März wieder unter die 20-Prozent-Marke. Die Union kommt laut Umfrage auf 30 Prozent. Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock selbst, die zuletzt mit Plagiatsvorwürfen zu kämpfen hatte, verliert an Zuspruch und kommt auf 19 Prozent. Unionskandidat Armin Laschet würden dagegen 25 Prozent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017